Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 30. Mai 2021. Es gibt schon lange Gerüchte über ein Sumpfmonster im Salatsee. Diese Gerüchte haben sich jetzt als wahr erwiesen. Während ihres Familienausflugs zum Salatsee führte sich Nyan-Kett beobachtet und erblickte plötzlich das Monster, als es aus dem Wasser auftauchte. Offenbar hatte das Monster es auf das Essen von Nyan-Kett und ihrer Familie abgesehen. Kurz der Nachbar ist auch schon wieder im Wasser verschwunden. Wie es scheint, sieht das Monster genau wie Hit oder Mist aus. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Wann wird diese Geschichte denn ausgestrahlt? Pan an den Speck, wurde auch Zeit. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Babykatze, der 30. Mai war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. Mein Babykatze. Aus Visiten. Kiitos